Mein Name ist Marc Joppmann vom TUS Osdorff. Ich stelle euch heute meine Top 3 Fußballplätze der eigenen Landesliga vor. Auf dritter Stelle der Blomkamp, ein relativ kleiner Grandplatz, der immer top gepflegt ist, wo man natürlich immer schöne Heimsiege darauf feiern kann. Dann der zweite Platz geht an den Rasenplatz vom SC Alther Talanghorn. Relativ großer Rasenplatz, der immer top gepflegt ist, wo man richtig guten Fußball drauf spielen kann. Dann der erste Platz geht an den Kunstrasen von ETV. Man merkt einfach nicht, dass das ein Kunstrasen ist, kaum Unterschied zum Naturrasen, immer top gepflegt, ist einfach für mich der beste Kunstrasenplatz in Hamburg.